Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Bevor wir mit diesem Video starten, möchte ich dich recht herzlich zu unserem Gratis-Webinar einladen, dessen Link du unten in der Videobeschreibung findest. In diesem kostenlosen Webinar werden wir dir Schritt für Schritt zeigen, wie du deinen Ex-Partner in wenigen Tagen zurückbekommst und welche Fehler du genau jetzt niemals machen solltest. Außerdem können wir dir ganz gezielt auf deine derzeitige Situation eingehen, um gemeinsam eine Lösung zu finden, die genau auf deine Bedürfnisse ausgerichtet ist. Melde dich also direkt nach dem Video mit einem Klick in der Infobox kostenlos an. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Eine genaue Kontaktsperredauer einzuhalten ist fast immer das A und O, um den Ex-Partner zurückzugewinnen. Ich sage fast immer. Denn es gibt auch Situationen und Pärchen, bei denen das nicht der Fall ist. Ich habe mal von einer Bekannten gehört, die sich von ihrem Freund getrennt hat und sagte, hätte er doch nur mehr um mich gekämpft. Hier ist die Kontaktsperre der falsche Weg gewesen. Kommen wir nun zu den wesentlichen Tipps, die du für die Kontaktsperre und ihre Dauer beachten solltest. Punkt 1. Wann ist sie sinnvoll? Die gerade aufgeworfene Frage, ob eine Kontaktsperre für dich das Richtige ist, beantwortest du dir, indem du dir überlegst, ob es überhaupt noch Sinn hat und die Chance da ist, dass ihr eure bisherige Beziehung einfach fortsetzt. Eine Kontaktsperre ist nämlich dazu da, Distanz zu gewinnen, um eine neue Beziehung mit dem Ex-Partner anzufangen. Ihr setzt also nicht eure alte Beziehung fort, sondern fangt eine neue an. Sollten die Trennungsgründe, die im Raum stehen, zu gravierend sein für eine Fortsetzung der Beziehung, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Viele Personen erniedrigen sich selbst, indem sie dem Partner hinterher rennen. Sie zeigen sich abhängig und bedürftig. Die Kontaktsperre zeigt Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, wodurch du gleich ein Stück weit attraktiver auf deinen Partner wirkst. Wie fange ich an? Die Kontaktsperre initiierst du am besten, indem du deinem Ex-Partner eine Nachricht zukommen lässt. Du sagst ihm auf eine höfliche Art und Weise, dass du für eine ungewisse Dauer Zeit für dich brauchst, momentan keinen Kontakt willst und dich eventuell wieder bei ihm oder ihr melden wirst und er sich nicht zu melden braucht. Reagiere nicht, falls dein Partner sich darauf gleich bei dir meldet. Aber das wäre ein erstes gutes Zeichen, dass die Kontaktsperre Erfolg hat. Wenn sich der Kontakt bei euch beispielsweise aus beruflichen Gründen nicht gänzlich vermeiden lässt, solltest du auf eine emotionale Kontaktsperre setzen. Das heißt, behandle deinen Ex genauso wie jeden anderen Kollegen. Immer höflich, aber distanziert. Wie lange sollte die Kontaktsperre gehen? Die Kontaktsperredauer hängt ganz von dir ab, und zwar wie viel Zeit du brauchst, um für eure neue Beziehung bereit zu werden. Diese Dauer liegt im Minimalfall bei 10 Tagen. Wahrscheinlicher jedoch ist eine Dauer von einem Monat. Du brauchst Zeit, um die Trennung zu verkraften. Über deinen Ex-Partner hinweg zu kommen, sodass es zwar schön wäre, mit ihm wieder zusammen zu sein, aber du auch ohne ihn leben könntest. Punkt Nummer 5 ist dein Selbstbewusstsein. Nutze die Kontaktsperredauer, um sprichwörtlich ein neuer Mensch zu werden. Mit deiner aktuellen Persönlichkeit ist deine alte Beziehung gescheitert. Deinen Ex-Partner kannst du kaum verändern. Also liegt es an der Veränderung von dir selbst. Der wichtigste Baustein ist das Selbstbewusstsein. Stärke dein Selbstbewusstsein durch Erfolge, kleine Übungen oder Autosuggestion. Das ist die Grundlage für jeden Erfolg im Leben. Also auch bei deinem Vorhaben. Deinen Ex-Partner zurückzugewinnen. So etwas geht nicht von heute auf morgen, sondern benötigt immer eine individuelle Dauer und eine Menge Geduld mit dir selbst. Der sechste Punkt ist deine Tagesplanung. Weitere Tipps zu deiner Entwicklung während der Kontaktsperre sind eine gute Tagesplanung, Aktivitäten, Sport, ein Ernährungsplan, Freunde treffen, ein altes Hobby aufleben lassen oder neue Hobbys entdecken. Sei aktiv und erlebe etwas. Nur zu Hause im Delirium deine Emotionen zu vegetieren, wird dich nicht weiterbringen. Und was willst du deinem Ex bei eurem ersten Treffen erzählen? Was du zur Zeit so machst, wenn du nur daheim in Erinnerung an ihn schwelgst. Zeig ihm stattdessen dein neues, erfolgreiches und selbstbewusstes Ich. Die Wichtigkeit Die genannten Punkte sind natürlich nicht für jeden gleich wichtig. Überlege dir gut, an was du während deiner Kontaktsperre unbedingt arbeiten musst. Während mancher eine neue Frisur und etwas Fitnesstraining mit einer neuen Ernährung braucht, ist es bei dem anderen vielleicht beruflicher Erfolg. Passe deine Kontaktsperre also an dich an und bedenke auch, was dein Ex-Partner gern mag, um genau das zu verwirklichen. Die Trennungsgründe Um zu wissen, was dein Ex gern mag und was ihn stört, solltest du eure Trennungsgründe gut kennen. Die Kontaktsperre ist somit auch eine Zeit, um dich selbst zu hinterfragen, deine Fehler zu erkennen und dich geistig zu entwickeln. Vielleicht setzt du dich mit deinem besten Freund oder Freundin zusammen, um einmal zu reflektieren, was eigentlich schiefgegangen ist. Wann endet die Kontaktsperre? Wann die Dauer der Kontaktsperre endet, erkennst du daran, dass du nun auch problemlos ohne deinen Ex-Partner leben könntest. Es aber dennoch schön wäre, wenn es wieder klappt. Dein Liebeskummer sollte weg sein und du hast Erfolge und Erlebnisse und einen Charakter entwickelt, der auf deinen Ex neugierig, erstaunlich, attraktiv und geheimnisvoll wirkt. Als ob du nicht mehr der Mensch von damals bist. Viel Erfolg wünsche ich dir also mit deiner neu gewonnenen freien Zeit während der Dauer der Kontaktsperre. Ich hoffe, dir hat auch dieses Video gefallen und ich würde mich natürlich sehr über ein Like und ein Klick auf den Abonnieren-Button freuen, damit du nichts mehr verpasst. Denke bitte auch an unser kostenloses Webinar, was wir dir unten in der Videobeschreibung verlinkt haben. Wir zeigen dir dort alle Tricks und Kniffe, um deinen Ex-Partner in wenigen Tagen zurückzubekommen und welche Fehler du derzeit unbedingt vermeiden solltest. Derzeit haben die meisten unserer Kunden dies in weniger als 17 Tagen geschafft. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch du einer von diesen Glücklichen bist und wir uns gleich im Webinarraum wiedersehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns gleich in der Videobeschreibung verlinkt haben.